Wir sind zu Gast beim österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz hier im Wiener Kanzleramt. Schönen guten Tag, Herr Bundeskanzler. Grüß Gott und herzlich willkommen. Herr Bundeskanzler, Sie sind heute zugeschaltet beim CSU-Parteitag. Aus dem Umfeld von Parteichef Söder heißt es, dass das auch seine Ambitionen unterstreichen soll, als möglicher Kanzlerkandidat, dass Sie zugeschaltet werden. Sind Sie am Ende in Deutschland der Kanzlermacher? Ich glaube, es stellt sich ein bisschen anders dar. Es ist so, dass wir als Österreich Gott sei Dank einen guten Bezug nach Deutschland haben. Das ist unser größter Nachbar, unser auch wirtschaftlich wichtigster Nachbar und für uns auch wichtiger Partner in Europa. Und natürlich gibt es auf Ebene der Parteien auch eine gute Zusammenarbeit mit vielen anderen Schwesterparteien in Europa. Und in Deutschland sind das CDU und CSU. Und es ist eigentlich durchaus üblich, dass wir bei großen Veranstaltungen, bei Parteitagen auch einen gewissen Austausch pflegen. Sonst physisch präsent und jetzt das erste Mal über Video. Aber Sie kennen sich ja ein bisschen. Haben Sie das Gefühl, Söder hätte das Zeug zum Kanzler? Ich kenne den Markus Söder und ich schätze ihn sehr. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Und mein Eindruck ist, dass sein voller Fokus im Moment der gleiche ist wie bei mir, bei Angela Merkel, bei allen anderen. Das ist mein Eindruck, ein anderer. Ich glaube schon, dass er sehr auf dieses Kanzleramt schaut. Dass es einfach einen Fokus auf die Bewältigung der Corona-Krise gibt. Und wie die Debatten in Deutschland ausgehen über die Nachfolge in der CDU, das ist etwas, da mischen wir uns aus Österreich nicht ein. Aber noch einmal von Ihrem Blick von außen. Wie sehr unterscheidet sich Markus Söder von Kanzlerin Angela Merkel, die Sie auch lange kennen? Ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Charaktere. Beide mit klaren bürgerlichen Wertehaltungen, aber natürlich andere Persönlichkeiten. Und für uns als Österreich ist es gut, viele Ansprechpartner zu haben. Personen, die in Deutschland in Verantwortung sind, mit denen wir eine gute Gesprächsbasis haben. Von Markus Söder über Jens Spahn bis hin zu Angela Merkel. Gibt es eine gute Zusammenarbeit? Die Bayern sind unsere unmittelbaren Nachbarn. Deutschland, unser Nachbarland. Wir arbeiten gut zusammen und das freut mich. Trauen Sie ihm das zu, dass er nach dem Kanzleramt greift? Ich weiß schon, welche Überschriften da für die Bild-Zeitung von morgen... Nein, für die Konservativen in Deutschland, glaube ich, ist es sehr interessant zu hören, was sozusagen Ihr Blick darauf ist. Weil, wenn wir uns anschauen, die letzten Wochen, Monate, Markus Söder hat immer gesagt, er orientiert sich an Österreich. Und häufig hat er auch verlauten lassen, dass er sich sehr an Ihnen orientiert. Wir haben uns immer gut abgestimmt. Ich habe auch mit ihm und mit Jens Spahn natürlich von Beginn der Krise einen engen Kontakt gepflegt. Weil es für uns natürlich interessant war zu wissen, wie reagiert unser wichtigstes Nachbarland darauf, welche Maßnahmen müssen wir setzen. Teilweise war es so, dass wir ein bisschen früher dran waren. Aufgrund unserer Nähe zu Italien waren wir früher betroffen als andere europäische Länder. Und natürlich haben wir Erfahrungen ausgetauscht. Das heißt, Sie trauen ihm das Kanzleramt zu? Ich traue dem Markus Söder alles zu, weil er ein sehr erfolgreicher Politiker ist und Bayern sehr gut führt. Aber in der Frage, wer soll CDU-Chef werden, in der Frage, wer soll nächster deutscher Kanzler werden, da mische ich mich nicht ein und da werden Sie von mir auch keine Aussage erhalten. Aber dass Sie ihm alles zutrauen, ist ja auch schon eine Aussage. Ich kenne ihn, ich schätze ihn, ich schätze unsere Zusammenarbeit. Aber bitte um Verständnis, dass ich mich in die Frage, wer die CDU führen soll und auch in die Frage, wer als nächster deutscher Kanzlerkandidat kandidieren soll, nicht einmische. Und das Wichtigste ist, Deutschland ist für Österreich eine Demokratie. Am Ende entscheiden nicht die Parteien, am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und das ist auch gut so. Massiv verärgert wiederum, kann man sagen, haben Sie die deutsche Bundeskanzlerin in den vergangenen Tagen mit ihrer Ablehnung des 500-Milliarden-Pakets, das sie zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron geschnürt hat. Erklären Sie uns, warum sind Sie dagegen? Also ich glaube nicht, dass wir wen massiv verärgert haben, sondern ganz im Gegenteil, es gibt einen Diskussionsprozess auf europäischer Ebene, der ist meiner Meinung nach gut aufgesetzt, der wird von Ursula von der Leyen geleitet. Sie ist in Kontakt mit allen Regierungschefs, selber mehrfach mit ihr telefoniert. Und wie immer muss auf europäischer Ebene immer ein Kompromiss am Ende gelingen. Und bevor es dieses Ende gibt, bevor es einen Abschluss gibt, bevor es den fertigen Kompromiss gibt, gibt es eine Meinungsfindung. Ich finde, dass Ursula von der Leyen das extrem gut macht, das Gespräch mit allem sucht, versucht die unterschiedlichen Zugänge auch zu berücksichtigen. Und es ist legitim, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam einen Vorschlag unterbracht haben. Das sind zwei Länder, das sind zwei sehr große Länder, das sind zwei Länder, wo es auch nachvollziehbar ist, wenn die sich zusammentun, dass sie einen Führungsanspruch in der Europäischen Union haben. Aber am Ende gibt es 27 am Tisch. Und da wird es ja wohl in Ordnung sein, dass auch andere Länder eine Meinung dazu haben. Aber was ist Ihre Meinung? Befürchten Sie, dass die Euro-Bonds durch die Hintertür sozusagen eingeführt werden sollen? Wir sind dafür, dass geholfen wird. Wir wollen solidarisch sein mit Ländern, die stark von der Krise betroffen sind. Wir wollen aber, dass es zeitlich befristet ist, diese Hilfe. Und dass diese zeitliche Befristung auch sicherstellt, dass es nicht zu einer Schuldenunion durch die Hintertür kommt. Das wollen wir nicht. Also haben Sie Angst vor den Euro-Bonds? Die Euro-Bonds sind ja auch immer von Angela Merkel abgelehnt worden. Also ich glaube, dass es mehrere Regierungschefs gibt, die Euro-Bonds und eine Schuldenunion extrem skeptisch sehen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort auf die Corona-Krise ist, sondern was wir jetzt brauchen, ist schnelle, rasche Hilfe für die betroffenen Länder. Auch Liquidität für Staaten, die am Kapitalmarkt mehr und mehr Probleme bekommen. Aber eine Schuldenunion, das lehnen wir ab. Sie haben es angesprochen, die Kanzlerin hat 2012, war es glaube ich, selbst gesagt, dass sie Euro-Bonds ablehnt, dass das nicht kommen wird. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Wort noch steht, wenn Sie mit ihr sprechen? In der letzten Runde, die ich mit ihr hatte, hat sie das auch gesagt. Und wenn wir jetzt auf Europa schauen, auf Griechenland, Spanien, Italien zum Beispiel, haben Sie Sorge, dass es am Ende wieder zu einer massiven Euro-Krise kommen könnte, wenn man jetzt eben nicht schnell hilft? Ich glaube, die schnelle Hilfe ist wichtig. Aber es ist schon auch immer die Frage, wie hilft man richtig und kommt die Hilfe an? Wenn wir als Europäische Union so viel Geld in die Hand nehmen, wie das derzeit geplant ist, und noch einmal, ich unterstütze da das Vorgehen der Kommissionspräsidentin, dann ist es wichtig, dass das Geld richtig investiert wird. Dass es in Digitalisierung fließt, in Ökologisierung, dass wir unsere Wirtschaft wieder beleben. Aber es müssen natürlich in den Ländern, die bisher schon Probleme hatten, ihr Budget unter Kontrolle zu halten, notwendige Reformen stattfinden. Und ich glaube, der Spruch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, der ist durch die Corona-Krise noch einmal offensichtlicher geworden. Und ich bin froh, dass es Länder gibt wie Deutschland oder wie Österreich, die in den letzten Jahren ihre Budgets unter Kontrolle hatten, sogar einen Budgetüberschuss erzielt haben und sich jetzt leichter tun, auch der Bevölkerung und den Unternehmen zu helfen in dieser Zeit der Krise. Und jetzt ist Hilfe auch für die anderen Länder, die nicht so gut dastehen, wichtig. Aber wir sollten nicht vergessen, dass schon auch wieder eine Zeit nach der Krise kommt und da müssen die Budgets unter Kontrolle gebracht werden. Da müssen strukturelle Probleme aufgearbeitet werden. Sonst ist für die Not nicht viel da, wenn man auch in der Zeit zu viel ausgibt. Sie haben gerade schon die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen. Jetzt hat heute im Spiegel Ross Seehofer, der deutsche Innenminister, sich maximal scharf über sie geäußert. Er sei enttäuscht, müsse sich insbesondere beim Thema Flüchtlinge um alles selbst kümmern. Teilen Sie diese Kritik an Ursula von der Leyen? Ich habe das Interview nicht gelesen, darum tue ich mir jetzt schwer, darauf Bezug zu nehmen. Aber ich kann nur sagen, was uns betrifft in Österreich, wir arbeiten mit der Kommissionspräsidentin sehr, sehr gut zusammen. Ich habe das Gefühl, dass sie sich... Auch beim Thema Flüchtlinge? In allen Themen habe ich den Eindruck, dass sie einen Führungsanspruch hat und das ist gut so als Kommissionspräsidentin, dass sie aber gleichzeitig versucht, alle einzubinden und mit allen Regierungschefs, ganz gleich ob groß oder kleines Land, zu sprechen und Kompromisse zu finden, so wie das auch im europäischen Geist eigentlich sein sollte. Unterschiedliche Meinungen gab es in den vergangenen Wochen auch zwischen Deutschland und Österreich, was die Grenzöffnung angeht. Und für Sie, Österreich, spielt der Tourismus da eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Haben Sie das Gefühl, deutsche Politiker wollten die Grenzen noch ein bisschen länger geschlossen halten, um sozusagen die Touristen im eigenen Land zu behalten? Ich weiß nicht, was die Motivation war, aber es war schon ein schwieriger Verhandlungsprozess, das gebe ich zu. Wir haben in Österreich sehr schnell gesehen, dass die Maßnahmen des Lockdowns wirken, dass die Ansteckungszahlen zurückgehen und wir waren immer der Meinung, sobald die Sicherheitssituation in zwei benachbarten Ländern gut ist und sogar gleich gut ist, sollte auch der freie Reiseverkehr wieder möglich sein. Wir haben sehr viele Menschen, die im Grenzbereich leben, die einfach darunter leiden, dass sie nicht gut an ihren Arbeitsplatz kommen. Wir haben Menschen, da lebt die Familie auf der anderen Seite der Grenze und für die war das schwierig, auf der einen Seite zu arbeiten und auf der anderen Seite die Familie zu treffen. Und auch aufgrund dieser persönlichen Schicksale war es uns einfach wichtig, hier rasch eine Lösung zustande zu bringen. Ich verheimliche nicht, dass uns eine noch frühere Grenzöffnung recht gewesen wäre, aber am Ende ist das Ergebnis ein gutes. Der 15. Juni, vollständige Öffnung, das ist etwas, womit wir zufrieden sind und ich bedanke mich da auch bei der deutschen Kanzlerin, beim Innenminister, bei den angrenzenden Regierungschefs vor Ort, dass es uns gelungen ist, diese Lösung zustande zu bringen. Man hat das Gefühl, dass die österreichische Wirtschaft eben aufgrund des Tourismus noch stärker betroffen ist momentan, auch was die sozusagen Arbeitslosenzahlen angeht und die Wucht, mit der das einschlägt. Wie wollen Sie jetzt dafür sorgen, dass zum Beispiel Deutsche nach Österreich kommen und jetzt doch hier Urlaub machen? Ja, ich glaube, dass Österreich grundsätzlich schon immer viel zu bieten hatte. Wir sind ein wunderschönes Land mit einer sehr beeindruckenden Bergwelt, die man, glaube ich, gerade im Sommer sehr genießen kann. Die Berge, die sehen viele Menschen aus aller Welt, kommen gern nach Österreich, um ihren Urlaub zu verbringen. Ich glaube, mir sitzt jemand gegenüber, der auch gerne seine Urlaube in Österreich verbringt und insofern sind wir da sehr optimistisch. Aber was wir natürlich zusätzlich getan haben, ist, wir wollen ja in unserem eigenen Interesse, aber auch im Interesse unserer Gäste, dass der Urlaub maximal sicher stattfinden kann. Und neben all den Regeln, die es gibt von Abstand halten und Desinfektion und Regeln für die Restaurants, die, glaube ich, sehr durchdacht sind in unserem Land, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt am Gast arbeiten, also vor allem die Servicemitarbeiter, die Kellnerinnen und Kellner, dass die in einer gewissen Regelmäßigkeit in Österreich auch getestet werden. Und dadurch können wir garantieren, dass man so sicher nirgends Urlaub machen kann wie in Österreich. Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand, um diese Testungen möglich zu machen, aber das ist es uns wert, einerseits um unser Österreich zu schützen und die Österreicherinnen und Österreicher, aber auch, um den Gästen in unserem Land zu ermöglichen, dass sie einen wunderschönen und gleichzeitig sicheren Urlaub verbringen. Sie sprechen über die Gäste in Ihrem Land. Haben die Vorkommissin Ischgl dem Image Österreichs geschadet, wo sich ja viele infiziert haben im Winter? Und wenn man mit deutschen Politikern spricht, ist es immer noch so, dass mit dem Finger auf Ischgl gezeigt wird? Es muss immer einer schuld sein. Und da muss einen Namen oder eine Stadt geben, die dann sinnbildend wird. Das ist oftmals so. Aber ich glaube, jeder, der sich mit dieser Erkrankung ein bisschen auseinandergesetzt hat, jeder, der die letzten Wochen mitverfolgt hat, der weiß ja, wir haben eine weltweite Pandemie. Und jetzt kann man das Blame Game spielen und sagen, wir haben uns als Deutsche in Ischgl infiziert. Wenn man da in Ischgl nachfragt, würden die sagen, bei uns haben es die Italiener eingeschleppt. Beides stimmt. Und wenn man dann in Italien sagt, na was ist mit euch, warum habt ihr alle diese Krankheit, sagen die, na ja, zu uns haben es die Chinesen gebracht. Also ich glaube, dieses Blame Game bringt nichts. Natürlich waren es Wintersportorte, natürlich waren es Metropolen, natürlich waren es Flughäfen, Städte, wo sich das Virus verbreitet hat. Dort, wo wenig Menschen leben oder wenig Menschen miteinander in Kontakt kommen, da verbreitet sich eine Infektionskrankheit normalerweise auch nicht. Haben Sie das Gefühl, dass in diesem Winter zum Beispiel schon wieder Après-Ski möglich sein wird? Ich glaube, dass alles, was geschlossene Räume betrifft, laute Musik, wenn getanzt wird, wenn man nah zusammenrückt, wenn vielleicht auch Alkohol ein bisschen das Distanzgefühl beeindruckt, das ist problematisch. Das wissen wir auch aus den asiatischen Ländern. Da hat zum Beispiel zuletzt sich das Virus sehr stark in Clubs verbreitet, in auch Karoke-Bahns dort. Und die Reaktion war, dass man die wieder geschlossen hat. Also wir sind sehr vorsichtig in Österreich, was Nachgastronomie betrifft, weil wir wissen, da kann es zu einer schnellen Verbreitung kommen. Aber der Tourismus im Sommer, wie wir ihn in Österreich kennen, wo Menschen zu uns kommen, die Seen genießen, die Berge genießen, wandern gehen, Radl fahren gehen, das ist selbstverständlich alles möglich. Es ist auch möglich, in einem wunderschönen Hotel in Österreich eine erholsame Zeit zu verbringen. Wenn Sie mich fragen, wird es Diskotheken geben im Sommerurlaub, in Tirol oder in Salzburg, müsste ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, nein, wahrscheinlich nicht, weil wir eben beides verbinden wollen. Einen erholsamen, schönen Urlaub, aber maximale Sicherheit auf der gleichen Seite. Letzte Frage, Herr Bundeskanzler, wie erleben Sie es persönlich in Ihrem Umfeld? Wenn man jetzt die schönen Tage hier in Wien sieht, die Sonne, die Menschen sind draußen, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen versuchen, sich an die Regeln zu halten, aber es doch jetzt so langsam vergessen, möglicherweise auch. Wie gehen Sie persönlich damit um? Sie hatten ja auch einen Auftritt im kleinen Walsertal, wo Sie kritisiert wurden, aber wie ist es für Sie? Also ich habe den Eindruck, dass die Österreicherinnen und Österreicher, und ich glaube, bei den Deutschen ist das sehr ähnlich, in der Masse das großartig meistern. Das ist eine schwierige Situation. Die Situation verändert sich auch so schnell. Wir hatten unser ganz normales Leben, wie wir es gekannt und geliebt haben, und dann innerhalb von weniger Wochen eine Entwicklung, die einen absoluten Lockdown möglich gemacht hat. Und da, was auch vielleicht sozusagen so schwer es emotional war, so einfach waren die Regeln. Bitte bleibt daheim und geht es nur raus, wenn es notwendig ist. War das übertrieben? Nein, ich glaube, es war richtig und notwendig, um die Ansteckungszahlen runterzubringen. Das hat funktioniert. Und natürlich ist die Phase jetzt eine forderndere, weil zum einen wollen wir alle, dass die Menschen wieder mehr und mehr ihr normales Leben leben, dass gearbeitet wird, dass konsumiert wird, dass die Leute Freude am Leben haben, dass es soziale Kontakte gibt und gleichzeitig niemals vergessen, es braucht noch immer Abstandsregelungen, wenn es Menschenmassen gibt, ist es sinnvoll, die Maske zu tragen, all das gilt ja nach wie vor. Und das ist jetzt eine komplexere Phase mit mehr Graustufen, in der wir sind. Und darum mag ich das eigentlich nicht, wenn ständig gesagt wird, dem machen wir was falsch und dort machen wir was falsch. Das bringt nichts. Ich glaube, die Menschen bemühen sich. Es ist nicht so leicht. Es ist eine gewisse Phase der Unsicherheit. Und das Ziel muss sein, je mehr Freiheit, je mehr Normalität, desto besser und so viele Einschränkungen, wie es halt irgendwie braucht. Ich habe unlängst eine Situation miterlebt, da sind zwei Personen sehr eng zusammengestanden, geht jemand vorbei und ruft ihnen zu, geht es auseinander, Abstand halten. Die Frau schaut ganz skeptisch und auf einmal antwortet sie, aber wir sind verheiratet. Es ist nicht, wie wir aufs Erste hinschauen, zu beurteilen, wer wohnt wie zusammen. Jeder macht Fehler. Auch die, die sich bemühen wollen, alles richtig zu machen, werden drauf kommen, dass sie ab und zu doch den Abstand nicht einhalten oder dass es manchmal halt nicht anders geht. Aber je mehr Bemühen da ist, je mehr wir uns alle anstrengen und je mehr wir gleichzeitig uns bemühen, auch wieder unser normales Leben zu leben, desto besser wird es sein. Gehen Sie schon wieder in den Biergarten an diesem Wochenende oder ins Restaurant? Ich war schon in einem Restaurant und ich werde das Wochenende hoffentlich auch dazukommen, jetzt einmal privat in ein Restaurant zu gehen. Ja, das ist gut und richtig. Wir müssen unser normales Leben zurückgewinnen und gleichzeitig alles tun, um die Ansteckungszahlen niedrig zu halten. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für das Gespräch. Danke vielmals. Vielen Dank.